Stefan liegt im Gras, die Erste. Ich weiß noch nicht was von beiden zuerst. Willst du mich beim Essen? Willst du mich jetzt erst auf beim Essen? Du hast gesagt, wir machen ein Making-of. Aber dann nicht vom Essen. Doch. Was wird hier gedreht? Weiß das jemand? Was wird da gedreht? Wir haben einen Greenscreen, weil wir müssen dann München auf einen Greenscreen hauen, weil das ist nicht München. Wir sind in Kühe. Er kann ja nicht zu Fuß durch München gehen und dann hier in Kühe haben zur Tür reichen. 4. 2. 1. 3. 3. 3. 4. 10. 11. Na gut, jetzt kommt es richtig hervorbei. Ich mach mal ein Foto. So schaut was aus. Drei, zwei, eins. Äh, glaub es ist 10 E8, take 4 E. Scheiße. Ja, ich hab keine Ahnung. Das ist nicht viel E. Das ist trotzdem viel E. Dann erzählen Sie sonst irgendwas aus Ihrem Leben, bitteschön. Ich bin 12 Uhr. Tja. Also kommt da nichts mehr. Hallo, wer sind Sie denn? Brauchst du denn voll? Ja, Sie. Das ist jetzt nichts, äh, auswendig. Nee, nee, das kannst du dir jetzt nochmal anschauen. Aber normal geht es eigentlich eh relativ flüssig. Wenn ich einen Satz sage, dann fällt der ein Eier. Okay, klappt das. Das ist schon eine Futter, aber wenn sie bei der Mama... Gibt es mittlerweile auch. Jetzt geht es gleich ins Auge. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Oh, fuck. Drei, zwei, eins. Ach, scheiße. Ich hab hoch. Und... Drei, zwei, eins. Hey, nee, du filmst jetzt gerade das Falsche. Ich filme genau das Richtige. Okay. Du kannst. Eins, zwei, drei. Richtig geil am Aufbauen. Ja, guten Tag, Herr Lohr. Guten Tag. Wie sind Sie zu dieser Stelle gekommen? Mein Sohn hat mich genötigt, 35 Grad eine lange Hose anzuziehen und ein langes Hemd. Ja, hallo. Und haben Sie einen zu uns gefunden? Okay, dann nehmen Sie doch bitte Platz. Geil. Kannst du mal wieder ausschalten, bitte? Warum sind Sie mit Flip Flops am Set? Weil heute so ein warmer Tag ist und ich auf dem Weg hierher halt gerne frische Füße hält. Kamera trifft. Das sieht echt cool aus. Sieht echt cool aus. Drei. Drei. Ich hab einen richtig Bock. Ja, ich bin auch voll dabei. Wo ist eigentlich das Set? Ich hab's nicht gefunden. Ja, weil mein Set ist da. Da ist das Set. Wo zeigt das Set jetzt hier? Ja, das Set war vorher da. Und jetzt zieht's nach da. Also quasi. Und da. Ach, da! Was sagen Sie dazu, dass Sie eine dreijährige Stunt-Ausbildung hinter sich gebracht haben? Und sich irgendwann die ganze Lehre auszahlt und Sie Szenen im Kasten haben, die überragend sind. Das ist heiß. Es waren harte drei Jahre. Aber scheiß auf Smacking Offices ist heiß, hat er gesagt. Also bring ich mal wieder einen geilen Stunt. Was? Du kommst dann. Du bist auch im Weg. Ich? Ich, ja? Ich bin. Du bist auch. Oder? Ich bin. Vielen Dank.